Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Montagsvideo Zufrieden sein, den inneren Kritiker verwandeln. Ich habe es in der letzten Woche schon angekündigt, einer der Gründe, warum ganz viele Menschen keine Tatkraft haben, warum sie viele Dinge nicht entscheiden, ist dieser innere Kritiker. Kennst du denn auch, der ganz oft in deinem Ohrsitz dir über die Schulter schaut und einfach sagt, boah, das hättest du aber anders machen sollen, boah, das muss aber jetzt auch noch dringend sein, warum hast du dich nicht gekümmert? Ganz häufig erzählen mir Menschen, wenn sie sich zwischen zwei, drei Sachen entscheiden sollen, sie entscheiden sich, dann sagen sie, ach, jetzt habe ich A und B gemacht, um am Abend zu meckern, ja, aber C hättest du ja auch noch machen können. Entscheiden sie sich für A und C, dann meckert es in ihnen, ja, B hättest du ja auch noch machen sollen. Und das Schlimme ist dann, wenn von außen diese Kritik auch noch wieder gespiegelt wird, völlig wurscht, ob es durch den Partner ist, durch die Kinder ist, dass sie sagen, boah, wieso gibt es schon wieder das Mittagessen? Oder dass der Partner sagt, ja, ich habe ja diesen das und jenes nicht, oder dass die Frau mit dem Mann meckert, du hättest aber das Auto mal wieder waschen können. Oder die Eltern, deine Eltern mit dir meckern, ja, wie sieht denn dein Kind aus, warum hat denn das so schlechte Noten, oder warum hast du dies oder das oder jenes nicht geregelt bekommen? Wenn dann, wenn es in uns schon diesen heftigen Kritiker gibt, im Außen noch Kritik gibt, dann rasten wir praktisch immer völlig aus. Das heißt, wir empfinden diesen Druck als so unangenehm, dass viele Menschen auch dann Körpersymptome bekommen. Viele Menschen bekommen dann immer wieder Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen oder Hämorrhoiden ist auch ein Phänomen, das daraus entsteht, dass da einfach sehr viel Druck ist, sehr viel Druck gemacht wird. Ein Schritt in den psychologischen Aspekten ist natürlich, sich immer erst mal bewusst machen. Ist dieser Kritiker in dir sehr, sehr kritisch? Und wie gehst du mit dir um? Wie viel Kritiker, wie viel Raum bekommt denn dieser Kritiker? Ich stelle mir immer so vor, dass die Persönlichkeit an so einer Tafel sitzt, wie in so einem Chefbüro. Und natürlich, ich bin jetzt vorne im Chefsessel als Fokus dieser verschiedenen Charakteranteile und dann gibt es eben da verschiedene Charakteranteile von mir. Ein sehr heiler Charakteranteil ist sicherlich mein Humor und, dass ich gerne rede, aber auch das hat schon einiges an Auseinandersetzung gekostet, dass ich diesen Charakteranteil sehr lieben kann und sehr wertschätzen kann. Ein anderer Charakteranteil kann natürlich die Ehefrau sein, der mütterliche Aspekt sein, die Liebhaberin sein, die Unternehmerin sein, die Werbefachfrau sein, die Finanzbeamtin sein. Und einer dieser Aspekte ist eben zum Teil auch der Kritiker, der natürlich Einwände hat. Ein Film, den wir unglaublich toll finden, ist Alles steht Kopf, der vor einiger Zeit im Kino lief, der jetzt mit Sicherheit auch auf DVD raus ist. Und ich glaube, es ist einer der gigantischsten Filme, der unheimlich plastisch darstellt, wie da oben so eine Kommandozentrale ist und wie da so verschiedene Persönlichkeitsanteile sitzen. Und es geht um ein Mädchen, die die Freude verliert durch einen Umzug und was da passiert, wo Trauer spricht, wo Ekel spricht, wo Zweifel spricht. Und wo es eben um diese Interaktion dieser verschiedenen Anteile geht und auch, was macht die Wut. Und da gibt es eben Negativaspekte dieser Persönlichkeitsanteile, wo man so sieht, wie die einem im Weg stehen, wie die was kaputt machen. Und das Schöne aber auch an diesem Film ist, dass da drin so erklärt ist, was damit wie verwandelt werden kann, wofür eben manchmal auch kritische Aspekte gut sind und wofür eben Trauer und Wut gut sein kann. Also wozu kann dieser Kritiker gut sein, außer dich nur fertig zu machen und dir im Weg zu stehen, dass du es hast, dass du unzufrieden bist, sei es über deinen Körper, über dein Leben, über deinen Finanzzustand, über deine Partnerschaft, über deinen Job, was auch immer. Dass du ausatmen kannst und spürst, dieser Kritiker darf erstmal da sein, du hast ihn erschaffen in dir und je lauter die Kritik im Außen ist, je mehr möchte dieser Kritiker vielleicht auch gesehen, erlöst und verwandelt werden. Und es ist für mich immer mal wieder eine Wiederholung wert, dass ich diesen Kritiker betrachte und mir vorstelle, da steht sie, also für mich ist es eine Frau, eine ziemlich bösartige, harsche Frau kann die manchmal so sein, wenn ich so ein inneres Bild dafür entstehen lasse. Und dass ich mich bei ihr bedanke, dass sie mir helfen möchte, gut zu sein. Im Grunde möchte dieser Kritiker dich ja anfeuern, dass du über dich hinaus wächst und Top-Motivation hast und genau deine Ziele umsetzt und machst, was du dir wünschst. Aber in dem Moment, wo diese Härte, dieser Druck, diese Lieblosigkeit reinkommt, setzt du dich, setzt es dich unter Druck. Und das kann natürlich bösartige Kritik sehr häufig und sehr intensiv. Dadurch wird man ja dann so sauer und fängt an zu meckern und vielleicht auch um sich zu schlagen. Das heißt, wenn du dich diesem, und das macht natürlich für mich die Aufstellungsarbeit, hat mir das oft bewusst gemacht, wenn ich mich dann mal auf diesen Stuhl setze, das nach außen verlagere, also mich und diese Kritikerin aufstelle und mich dann auf die Kritikerin setze, dann will die mir eigentlich nur helfen. Die möchte ja nur gut sein, okay, es ist oft ein bisschen Überheblichkeit dabei. Aber wenn ich dann eben zu ihr sage, hey, ich möchte dich angucken, ich sehe dich, dann ist mir in diesen Aufstellungen oft klar geworden, ich könnte sie eigentlich als Coach sehen und ihr auch Pausen gönnen und sagen, hey, weißt du was, ich bin jetzt gerade im Schwimmbad, da brauche ich keinen Kritiker, der sich über meinen Körper lustig macht. Oder ich bin jetzt gerade am Drehen, da brauche ich keinen Kritiker, hoffentlich sitzen die Haare gut. Oder ich bin gerade am Arbeiten, da brauche ich echt keinen Kritiker, der mir sagt, boah, die Bügelwäsche hätte ich aber auch schon lange mal hinkriegen sollen. Das heißt, wo der Kritiker aber Coach sein kann, wo er dich wirklich motivieren kann zur Höchstleistung, dass mich dieser Coach motiviert hat, tolle Videos zu drehen, dass uns der Coach motiviert hat, für einen vernünftigen Ton zu sorgen, dass dieser Coach mich motiviert hat. Was brauche ich denn, dass ich angenehm in die Kamera reinschauen kann, dass du dich von mir gesehen fühlst, während ich mit dir rede. Dass du nicht das Gefühl hast, oh, die macht die ganze Zeit irgendwie so, meint sie mich oder meint sie mich nicht. Das sind alles Übungsschritte. Dazu hat mich dieser Coach motiviert, zu überlegen, was braucht es denn, dass ich an so einer Stelle Souveränität habe oder mich entspannt fühle, dass ich auch nicht so in die Karamara schaue, ich muss gut sein. Oder was auch immer an solchen Stellen passieren kann. Dass du für dich fühlst, wenn du diesen Kritiker verwandelst, mein Mann lacht, das ist fies, wenn du diesen Kritiker verwandelst in einen Coach, wie wären dann die Worte statt? Mach jetzt mal die Bügelwäsche weg. Was würde der Coach sagen? Der Coach würde sagen, hey, was brauchst du für einen Anreiz, dass du Bock hast, heute Ordnung zu schaffen in diesem Zimmer. Und dann kann eben sein, dass du dich belohnst. Ich habe heute noch Bügelwäsche vor mir, deswegen ist es das Beispiel, ich werde mir von meiner Tochter vorlesen lassen. Ich liebe es, wenn sie mir vorliest. Sie kann total gut lesen, ich weiß, dass es ihr Spaß macht. Und ich habe mir eine Geschichte rausgesucht, die ich mag, die sie mir vorliest. Dann geht die Zeit ruckzuck vorbei. Und dann habe ich das kombiniert mit was, was schön ist. Mit Nähe, mit Liebe, mit mütterlich sein. Und dann freue ich mich danach, dass es hier in dem Raum wieder Ordnung hat, wo dann sonst die Bügelwäsche lagert. Versuch mal, neue Worte zu finden. Wenn deine Frau mit dir meckert, hast du schon wieder das Leergut nicht weggebracht und das Auto nicht sauber gemacht, dass du fühlst, hey, du hast hier die ganze Woche, ich sage es erstmal krass, den Arsch aufgerissen, um für die Familie die Kohle heimzuschleifen. Und jetzt kriegst du noch irgendwie Ärger, weil du da und da das nicht gemacht hast. Wo bist du zu kritisch für dich? Als Mann auch ganz oft, dass du eben super gut sein möchtest im Job, dass du denkst, ich möchte irgendwie meine Familie gut versorgen, dass du so fühlst, du darfst eben, wenn du den Job verlässt, auch sagen, ich habe es so gut gemacht, wie ich kann. Und jetzt schaue ich mal, wo ich für mich sorge und wo ich dann vielleicht noch meine Frau und meine Familie unterstützen kann. Und niemand ist für die ganze Welt verantwortlich. Glücklich machen kann sich nur jeder selber. Und deswegen kann auch nur jeder selber seinen Kritiker in sich zum Coach verwandeln und für sich Worte zu finden, wo man sagen kann, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt eine Pause machen. Oder wo du dich wie motivieren kannst, dass du die Ziele erreichst, die dir wichtig sind. Und wenn es da noch Stress gibt, dann schau dir noch mal den letzten Montagsvideo an zum Thema Tatkraft und Entscheidungskraft. Weil ich denke, dass gerade diese zwei Punkte sehr eng miteinander verknüpft sind. Weil das eine ist eben, diesen Coach zu haben, der jetzt sagt, wow, ich bin jetzt zufrieden mit mir. Oder ich schaffe es jetzt heute Mittag, die Bügelwäsche wegzumachen. Oder ob es eben wichtig ist zu sagen, hey, meine Nierenenergie ist leer, ich muss jetzt wirklich erst mal alle fünfe gerade sein lassen und ich hänge mich jetzt vor die Glotze oder ich gehe spazieren oder ich gehe meditieren, ich trinke einen Tee, ich quatsche mit meiner Freundin. Was wirklich dann Priorität hat und dass du diese Entscheidungskraft im letzten Montagsvideo noch mal auftankst, um dann zu spüren, wo kannst du dem Kritiker sagen, brrrr, du machst jetzt Pause, setz dich mal an den Strand, nimm dir mal einen Cocktail und morgen kommst du wieder. Und montags ist heute der Motivationstag für dich. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like, teile den Video, schreibe mir einen Kommentar, wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ich wünsche dir eine tolle Woche.